Normalerweise sieht man als Kunde bei einer Firma immer das, was hinten rauskommt. Sprich, man kriegt mit welchen Produkten bringt eine Firma, zu welchem Preis und mit welchen Dienstleistungen auf den Markt. Und ich möchte das für uns ein Stück weit ändern und mit Ihnen ganz transparent über unsere Gedanken, die dahinter stecken, kommunizieren. Sprich, mit welcher Strategie möchten wir zusammen mit Ihnen jetzt nicht nur durchs Vorweihnachtsgeschäft gehen, sondern auch in das neue Jahr blicken. Und da geht es jetzt sowohl für Interessenten als auch Bestandskunden und auch für Sie als YouTube Zuschauer darum, wie wir uns hinsichtlich der Preis, Produktpolitik verhalten, was das Thema Black Friday für uns bedeutet, auch was für neue YouTube Videos in Zukunft kommen. So alle Gedanken, mit denen wir uns für Sie in Zukunft aufstellen. Im Wesentlichen geht es um eine ganz delikate Angelegenheit, nämlich dass wir in der Heimkinobranche momentan sehr starke Zuwächse haben. Ähnlich wie es auch in Möbelhäusern ist, weil viele Menschen momentan halt sich zu Hause schön machen. Und ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt einerseits wahnsinnig dankbar bin, dass wir so viele Aufträge von Ihnen bekommen, dass wir an unser Limit stoßen und damit umgehen müssen. Während ich gleichzeitig bei vielen Kunden eben auch mitbekomme, die im gastronomischen Bereich arbeiten oder generell Kurzarbeit, Zukunftsängste etc. haben, während ich mich jetzt hier hinstelle und überlegen muss, wie gehen wir damit um, dass wir jetzt so viele Aufträge haben. Und ich werde jetzt hier auch nicht rumjammern, aber ich möchte mit Ihnen über das Thema sprechen, wie wir uns da aufstellen. Denn für den Fall, dass Sie selber eine Firma haben, kennen Sie vielleicht die Situation, dass man sich entscheiden muss, wenn man sieht, dass man trotz Überstunden so viele Kundenanfragen hat und man sich überlegt, wie können wir das hohe Niveau halten oder vielleicht sogar ausbauen und nicht einfach in ein Problem reinrennen, wo man unzufriedene Kunden hervorruft. Und auch jetzt stelle ich schon fest, dass die Belastung so groß ist, dass eben Fehler passieren. Und da müssen wir das Ganze auf den Prüfstand stellen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt mehr Leute ein, man vergrößert die Firma oder man selektiert mehr, man schärft sein Profil und wir gehen den letzten Weg. Wird Sie jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal oder mich schon ein Stückchen länger kennen. Denn wenn man sich überlegt, wenn man neue Leute einstellt, dann wird das Ganze größer, unpersönlicher. Ich bin dann auch irgendwann mehr der Dirigent und der Verwalter meiner Mitarbeiter, als jetzt selber noch hier groß zu beraten. Aber ich möchte genau das Persönliche. Wir sind momentan ein wunderbares, kleines, kaufmännisches Team bei uns bei Take-off Media von ganzen drei Personen, mich inklusive. Und damit machen wir die komplette Verwaltung, den Verkauf, Distribution, die Leinwände, alles Mögliche. Und 80 Prozent der Fälle, der Kunden, die wir uns anrufen, die landen zum Schluss bei mir. Ich wage es, mit Ihnen zu telefonieren und mit Ihnen zu überlegen, was könnte denn in Ihr Heimkino passen. Es ist uns wichtig, dass Sie sich bei uns zu Hause fehlen, gerade jetzt in der Zeit. Natürlich gibt es gerade jetzt so viel Wichtigeres als Heimkino. Aber für die Kunden, die an diesem schönen Thema für sich einen Exit-Punkt gefunden haben, einen Ausstiegspunkt, wo wir hier schöne Gefühle, schöne Stunden beschenken können, das möchten wir eben schon beim Kauf, bei der Beratung beginnen. Und Sie nicht irgendwo in eine falsche Richtung stoßen oder zu einem sinnlosen Kauf animieren, nur weil wir Verkaufsdruck haben, um unsere ganze Mitarbeiterschaft durchzufüttern. Und deswegen bleiben wir uns treu. Okay, und einfach formuliert, wir ändern im Wesentlichen eigentlich nur ein kleines Detail oder zwei Details. Drücken wir es so aus. Detail Nummer eins ist, speziell bei Projektor-Entzahlungnahmen, da treten wir einen Schritt zurück, weil die kosten mich wahnsinnig viel Zeit. Die landen alle bei mir, ihre alten Projektoren zu prüfen, zu fotografieren, zu beraten, zu verkaufen, zu supporten. Und letztendlich kriegen Sie sogar mehr Geld, wenn Sie es selber direkt verkaufen, als bei uns über eine Entzahlungnahme. In dem Sinne hoffe ich da auf Ihr Verständnis, dass wir da wirklich in letzter Zeit sehr zurückhaltend geworden sind, genauso wie auch bei Preisnachlässen. Weil Service kostet Zeit und Zeit kostet bekanntermaßen Geld. Und ich möchte auch weiterhin mit Muße, mit Ruhe, mit Spaß vor allen Dingen, mir morgens eine frische Tasse leckeren Earl Grey Tees machen, mich dann ins Studio setzen und Ihren Projektor ganz in Ruhe durchkalibrieren. Ohne Zeitdruck, weil ich dahinter noch ein Dutzend anderer Beamer habe, weil ich jede Woche eine Palette mit irgendwelchen Rabattschlachten verkaufe. Deswegen positionieren wir uns so, dass wir die Kunden ansprechen möchten, die Dienstleistung wertschätzen, die eine qualitative Beratung, aber auch einen guten Support brauchen. Und ganz ehrlich, bei einem AV-Verstärker für 3000 Euro, klar kommt es da auch auf Beratung etc. an, aber es ist nicht ganz so wie gerade bei einem Projektor. Projektoren sind sehr supportintensiv und da fahren wir eine klare Linie, um Ihnen eben auch ein gutes Maß an Service zu liefern. Und das sind auch viele versteckte Dinge im Hintergrund. Lizenzkosten, Schulungskosten, Hardwarekosten, Rekalibrierungskosten etc. Und da kann man einfach nur einen Weg konsequent gehen, entweder als qualitätsorientierter Dienstleister oder eben als preisorientierter Anbieter, was beides völlig legitim ist. Genauso wie ich es Ihnen auch nicht übel nehme, wenn Sie sagen, Sie kaufen ein Projektor woanders. Das ist halt der Punkt, wo wir unser Profil schärfen. Und Sie werden es auch in Zukunft bei unserem Angebotsportfolio merken, denn ich stelle jetzt jeden Hersteller und jedes einzelne Produkt noch strenger auf den Prüfstand und wenn ein Produkt nicht unseren Anforderungen entspricht, dann fliegt es einfach raus. Das macht für uns keinen Sinn und das macht für Sie keinen Sinn, Produkte zu kaufen, die im Endeffekt viel Ärger machen. Da sind wir sehr konsequent. Und dann freuen wir uns auf Sie. Dann freuen wir uns auch darauf, weiterhin mit Ihnen eine Art Beziehung zu haben, wo Sie für uns mehr sind als eine Kundennummer oder irgendeinen Vorgang. Und bis zum heutigen Tag gucke ich jeden Tag bei uns rein, wer hat was bestellt. Ich probiere zumindest im Hintergrund auch jede Bestellung mit zu betreuen, dass ich weiß, hat der Kunde das bekommen, ist das zur Post raus, gibt es hier irgendwie einen Supportfall. Ich kümmere mich auch fast um alle Rückfragen, die Sie haben zu Ihren Produkten. Und das wird auch bei uns in Zukunft so bleiben, aber eben konsequenter in den Punkten, die ich gerade genannt habe. Wenn Sie auch bei Ihnen zu Hause solch ein Heimkino in Ihrem Keller haben möchten, dann muss ich Sie derzeit auch leider um Geduld bitten. Denn die Auftragslage schlägt speziell bei Tooltime-Paketen und Kellerplanungen brutal zu. Da haben wir so viele Anfragen bekommen für Kunden, die gerade wie hier so ein praktisches Classic-Leinheimkino gerne haben möchten, was uns sehr freut. Aber wir möchten uns auch nach wie vor jedem Kino in Ruhe und mit Spaß und Entspannung widmen und das Ganze nicht zu einer Fließbandarbeit werden lassen. Und vor dem Hintergrund habe ich die Aufnahme neuer Projekte für die nächsten Wochen gestoppt. Da gucken wir dann Januar, Februar wieder. Wenn Sie möchten, können wir Sie gerne auf Wiedervorlage legen. Dann kontaktieren Sie uns. Dann komme ich unaufgefordert wieder auf Sie zu, wenn wir wieder Slots haben. Aber ich möchte erst mal die bestehenden Aufträge mit den Kunden mit Ruhe weiter betreuen, an den Startpunkt bringen. Erst mal die Kunden glücklich machen, die wir haben, bevor ich jetzt Aufträge ranschache und sie in eine Warteschleife stelle. Das ist nicht unser Ding. Vor dem Hintergrund haben wir da aktuell im Online-Shop keine Kontingente zum Buchen von Tooltime-Paketen. Und bei unseren Vollprojekten, also Komplett-Kinos, die wir bauen, da ist das ein bisschen anders, denn die hat man sowieso meistens etwas langfristiger reingeplant. Nur haben wir dort momentan eben einen Vorlauf von circa acht Monaten, weil wir einerseits von diesem Jahr auch noch sehr viele Aufträge haben, die wir im nächsten Jahr dann umsetzen. Und gleichzeitig ist die Lage auch so, dass wir im nächsten Jahr weniger Kinos bauen möchten als dieses Jahr. Das klingt jetzt paradox. Situation ist die, dass wir dieses Jahr fast im Zwei-Wochen-Rhythmus Kinos gebaut haben. Und das hat uns zwar wahnsinnig Spaß gemacht, so viele Menschen zu beglücken, und es sind fantastische Kinos draus geworden. Und das ist für die Mitarbeiter ganz hart an der Belastungsgrenze. Und auch für mich in dieser Form auf Dauer nicht unbedingt gesund. Wenn Sie jede Woche durch Deutschland, Österreich, Schweiz hinterher reisen, die Kinos kalibrieren, supporten, zwischendrin beraten, Kinos drehen, Einzelkomponenten, es ist verdammt viel. Da muss ich auch lernen, etwas kürzer zu treten, denn ich habe den Anspruch, dass ich einerseits auch noch in zehn Jahren hier stehen kann und nicht zwischendrin mich irgendwann der Schlag trifft. Und zum Zweiten, ich möchte den Spaß an der Sache nicht verlieren. Ich liebe es, wenn ich in Ihrem Heimkino bin und dann einfach dieses Gefühl, wenn ich zum ersten Mal Ihr frisch gebautes Kino bedreht und Ihre Begeisterung sehe und ich das dann zum Leben erwecke und wir dann zusammen den ersten Ton aus den Lautsprechern hören, das ist gigantisch. Was wir hingegen nicht machen, ist irgendwo an der Preisschraube drehen. Gilt übrigens auch für die Einzelkomponenten, wie zum Beispiel unsere Leinwände oder Absorber. Das wäre natürlich die einfachste Stellschraube, zu sagen, okay, wir haben viele Aufträge, wie kriegt man das klar, dass wir das steuern, wir setzen die Preise hoch. Dass wir keine Preisnachlässe im großen Umfang geben, ist das eine. Aber wir werden jetzt nicht irgendwo Leinwandpreise erhöhen und auch bei den Kinopreisen und auch bei den Tooltime-Paketen bleibt es gleich. Für 60.000 Euro, das halte ich für einen guten Preispunkt, wenn man von einem leeren Raum zu einem wirklich gut ausgestatteten Heimkino starten möchte. Da braucht man jetzt nicht zwangsläufig 80.000 oder 100.000, auch wenn das eine typische Preisspanne ist, wenn dann unsere Kunden sich da Upgrades rein buchen. Aber vom Grundprinzip bleibt das gleich. Auch bei Tooltime bieten wir übrigens dann auch in Zukunft dediziert in einer Wohnraumvariante an, mit etwas erhöhten Planungskosten, weil da einfach mehr Abstimmungsbedarf besteht und Heimkino. Aber ansonsten, auch innerhalb der Tooltime-Packages bleiben die Mindestpreise gleich. Abgesehen von den rein Heimkino-Slots ist es auch so, dass ich mir persönlich unter dem Oberbegriff Lebensqualität im nächsten Jahr auch vermehrt dasselbe Recht rausnehme wie Sie als Kunden. Sie als Kunde, wenn Sie mit uns zu tun haben, dann steht es Ihnen jederzeit frei zu sagen, Sie fühlen sich nicht wohl oder das ist nicht das, was Sie möchten oder es ist Ihnen zu teuer. Da ist Ihnen kein Mensch sauer. Sprich, Sie haben die freie Wahl des Dienstleisters und der Produkte, wo Sie einkaufen. Und wir sehen es auf unserer Seite ähnlich. Auch ich werde, wenn ich den Eindruck habe, dass wir zwei nicht dieselbe Sprache sprechen, dass ich sie nicht erreiche mit meiner Kommunikation oder mit unserer Philosophie oder Ideen, dann werde ich dann auch vermehrt kommunizieren, dass wir dann nicht zur Verfügung stehen für Projekte. Weil es mir so wichtig ist, und das klappt ja zum Glück auch mit 95 Prozent der Kunden, dass wir miteinander einfach mit Spaß und Ideen und einfach gemeinsam an so ein Projekt rangehen. Und da nicht so eine Situation von unnötigem Druck oder so einem Gegeneinander entsteht, wo man seinen Frust an dem Dienstleister auslässt. So etwas ist ganz selten, aber es gibt so Kunden. Da musste ich auch dazulernen und habe für mich beschlossen, dass ich da nächstes Jahr einfach für mich sage, ich möchte das Ganze aus Spaß machen. Und wir sind in der glücklichen und privilegierten Lage, dass wir nicht jedem Auftrag hinterherrennen müssen. Und das möchte ich hier ganz offen kommunizieren. Uns ist es wichtig, dass wir mit Ihnen zusammen ein Team bilden, auf der Suche nach Ihrem perfekten Heimkino. Unabhängig, ob es jetzt ein Tooltime-System ist oder wie wir das für Sie bauen. Das steht für mich auch noch ganz oben auf der Liste, sodass wir dann miteinander, wenn Sie die Geduld mitbringen und Lust haben, unsere Ideen und Konzepte mitzutragen, dann richtig cooles Kino für Sie realisieren. Die Videos entstehen aus dem, woraus ich in der Praxis Lust habe. Denn ich mache den Job aus Spaß. Und so wie jetzt, wenn ich hier von Denon den A110 habe, steht jetzt hier, glaube ich, gar nicht im Rack, Dann habe ich aktuell noch den SR8015 und den Denon X6700 hier. Und jetzt fange ich an. Das ist so quasi mein Wochenende. Quervergleiche in jede Richtung. Wie gut sind die Endstufen hier drin im Vergleich zu der Mehrkanal-Endstufe dort? Jetzt zum Beispiel habe ich gestern Abend ein, zwei Episoden Stranger Things angeschaut und immer zwischen der A110 und der AV8805 hin und her geswitcht, während die hier als Vorstufe lief, weil es mich total interessiert hat, wenn ich die identisch einmesse, klingt jetzt eigentlich die getunte X8500 mit Cinch-Ausgängen besser als die 8805 über XLR. Das ist so ein Themengebiet, mit dem ich mich gerade sehr intensiv befasse, mit diesen ganzen AV-Receivern. Und da ist es wahrscheinlich, dass in irgendeiner Form ein oder vielleicht auch mehrere Video-Specials rauskommen. Ich weiß aber offen gestanden noch nicht, wann und wie ich das dann aufbauen werde, ob ich jetzt einen Einzeltest mache von jedem Produkt, ob ich verschiedene Vergleichstests mache oder einen großen Vergleichstest. Einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wenn ich hier beim Testen irgendwann am Punkt komme, wo ich sage, jetzt habe ich für mich was Interessantes zu sagen, jetzt bin ich durch. So viel dazu. Nächstes Thema, hier oben Projektor. Es gibt ja bei JVC die neue Firmware mit dem Home Theater Optimizer. Und es kann durchaus sein, dass ich daraus auch nochmal in irgendeiner Form eine kleine Bewertung mache. Nächstes Thema. Und zum Glück habe ich schon ausgepackt, sonst könnte ich die nicht so locker flockig hier hochheben, sind natürlich die neuen Spielekonsolen, die rauskommen. Die Xbox ist schon da. Die Playstation kommt hoffentlich in Kürze, wenn soweit alles passt. Und da checke ich natürlich dann auch Integration in Heimkinos, mit Beamern, mit Fernseher. Was kann man jetzt mehr machen? Wo sind die Kompatibilitätsprobleme? Auch gerade hier mit den Geräten, die schon die 8K-Sektion drin haben. Da checke ich mal. Und es kann durchaus sein, dass ich da auch ein Video draus rausbaue. Dann geht es weiter. Ich habe noch eine Folge On The Road für Sie vorbereitet. Das wird dann die letzte klassische Folge sein in diesem Jahr. Da war ich einen Tag in Hessen unterwegs. Von morgens 5 bis abends um 10. Vier Kunden besucht. Und das packe ich Ihnen ein. Richtig tolles Video mit vielen tollen Kinos. Und dann gibt es noch ein Special, nämlich zum Jahresabschluss unserer vierten Staffel On The Road. Bekommen Sie von mir als Weihnachts- oder als Silvester-Special. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das ist auch wieder eine zeitliche Frage. Ein Blick hinter die Kulissen. Wird auch ein bisschen persönlicher geprägt sein, für die, die Lust haben, einfach mal so ein bisschen noch näher ranzukommen. Wie mache ich die Videos? Und wie läuft es eigentlich so bei uns ab? Im Groben. Auch hier in Bezug jetzt hier rein auf Sachsenheim, in unserem Showhouse, wo die ganzen Heimkinos stehen für Komplettprojekte. Vielleicht mache ich dann vielleicht noch zusätzlich ein kleines Weihnachts-Special. Aber das ist alles unter Vorbehalt, weil mein Hauptfokus, das sind halt unsere Kunden, die tagtäglich bei uns bestellen, wo wir Kinos bauen. Auch jetzt bis Weihnachten bauen wir noch zwei große Kinos. Da bin ich auch voll drin. Mit Kalibrierung, mit Planungsbesprechung, mit Vorbereitung. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ich muss jetzt hier das Video an dem und dem Wochenende fertig haben. Da liegt unser Fokus im Tagesgeschäft, ganz klar. Aber als Service probiere ich für Sie, trotz allem möglichst viele Videos noch vor Weihnachten rauszubringen. Kannst nur nicht versprechen, wie viel und wann. In dem Zusammenhang, wo ich gerade von Heimkino spreche. Wir haben ja das Jahr, davon hatten wir es vorhin, viele Kinos gebaut. Aber wir hatten vergleichsweise wenig klassische Heimkino-Präsentationsvideos. Ich habe die alle schon, was heißt alle, ich habe viele davon schon als entsprechendes Video gedreht. Ich muss es nur noch schneiden. Und das wird dann ein Thema sein, was dann vielleicht ab Weihnachten über die Feiertage online stattfinden wird. Und ansonsten halt nächstes Jahr. Dass Sie da ein bisschen Inspiration kriegen, unsere Ideen, wie haben wir Kinos gebaut, sich dann anschauen können. Das ist so der grobe Fahrplan für die nächsten Wochen, was die YouTube-Unterhaltung betrifft. Eigentlich ist ja ein Black Friday ursprünglich für einen ganz anderen Zweck gedacht. Nämlich, dass man Lagerüberbestände abverkauft mit Preisnachlässen. Nur das, was mittlerweile daraus geworden ist, das ist eine allgemeine Rabattschlacht, wo man am besten rund um den Black Friday das Autoradio erst gar nicht einschaltet, weil man sonst einen Vollvogel kriegt, weil man denkt, wenn man jetzt nicht sofort alles Geld in die Welt raut und sich alles Mögliche kauft, egal ob man es braucht oder nicht, da macht man einen Fehler. Also diesen Weg gehen wir nicht mit. Ich bin auch kein Freund einer Produktentwertung. Ich war auch übrigens immer dagegen, damals noch zu Pioneer-Zeiten, wo die da angefangen haben, dem Gerät ein iPad beizubundeln. Weil ich weiß, ich mache mich damit jetzt bei einigen unbeliebt. Und das kann ich auch verstehen. Nur sehen Sie bitte auch mal die andere Seite. Wenn Sie das Gerät früher gekauft haben vor so einer iPad-Aktion, gucken Sie hinterher in die Röhre. Wenn dann die iPad-Aktion aufhört, dann kauft das Produkt keiner mehr, weil man gewohnt ist, dass es ein iPad dazu gibt. Und ähnlich ist es jetzt auch mit dem Black Friday. Deswegen sehe ich das sehr kritisch und stehe für entsprechende Aktionen nicht zur Verfügung. Eventuell machen wir im Sonderpostenbereich einen extra Nachlass und dann auch nur an den Black Friday. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob und wie. Das können Sie dann auf der Homepage anschauen. Aber auf keinen Fall bei dem regulären Produktprogramm, was wir haben. Denn die sind Ihr Geld inklusive unserem Service, Beratung und Support immer wert. Nicht nur an Black Friday mit Nachlässen. In der Weltmetropole Braunshorn, das ist bei Koblenz, da haben wir für Sie Ende 2019 unseren Heimkino Baumarkt, unseren Tooltime-Shop eröffnet. Es hat uns riesen Spaß gemacht, das Jahr über Ihnen dort unsere Leinwände, unsere Sitze und das kleine Demokino zu zeigen. Wir machen auch das Ganze im Jahr 2021 weiter. Nur momentan legen wir dort eine Pause ein. Diese Pause wird circa bis Mitte Januar gehen. Das ist zum einen durch die aktuelle Gesundheitsdiskussion beziehungsweise Situation begründet, denn die Räume dort sind nicht gut und einfach belüftbar. Und gleichzeitig obliegt mir die Verantwortung für Sie als Kunde und auch für meine Mitarbeiterin oben. Und da wir gerade sowieso durch Online-Shop-Bestellungen und Projekte und Leinwände am Limit laufen, habe ich dann gesagt, okay, wir treten an dieser Stelle mit Heimkino-Shop-Vorführungen und Besuchen etwas kürzer, nutzen die Zeit auch für eine nochmalige Verfeinerung unseres Tool-Time-Shops, sprich neue Sitzkollektionen, technisch ein paar Kleinigkeiten im Vorführkino. Und dann freuen wir uns beziehungsweise meine Mitarbeiterin, die Nadine, die freut sich dann schon darauf, Sie dann im neuen Jahr zu begrüßen. Und bei Interesse können Sie auch gern jetzt schon ein Ticket buchen, das ist kostenlos. Und dann melden wir uns bei Ihnen, sobald da wieder Slots zur Verfügung stehen. Ja, was das betrifft, geht es mir primär erst mal darum, das, was jetzt in den letzten ein oder sogar zwei Jahren neu rausgekommen ist, für Sie erst mal auch sichtbar zu machen. Deswegen arbeiten wir an dem Thema Homepage und Online-Shop, dass da zum Beispiel unsere Universe-Lautsprecher rauskommen. Aber auch, dass mal die Climax-Lautsprecher irgendwo auch sichtbar sind. Und ansonsten haben wir so viele Neuigkeiten schon dieses Jahr in unsere Kinos einfließen lassen, die wir auch gerade dahingehend prüfen, ob wir das auch als Einzelprodukt anbieten können. Es ist nur wesentlich schwieriger für uns, ein Produkt als Einzelverkaufartikel funktionierbar zu machen. Zum Beispiel hier diese Streifenabsorber. Die haben Sie vielleicht, wenn Sie aufmerksam unsere On-the-Road-Doku-Serie verfolgen, schon in den letzten Kinos immer häufiger gesehen. Das ist ein super Produkt. Das ist hier so ein Streifenabsorber. 30 x 10 cm extrem dichtes Material für eine maximale Absorptionseffizienz Mittel-Hochtonbereich. Das Ding ist nicht für Bass gemacht. Dafür haben wir die Beffis. Und das gute Teilchen kommt mit 2,40 m Länge und wird dann individuell abgelenkt. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel in dem Studio probiert, einfach nur mal reingequetscht. Das ist jetzt noch gar nicht perfekt ausgerichtet oder hier hingezupselt. Einfach nur mal oben reingeklatscht, um zu sehen, wie funktioniert es denn als Deckensegel, sowohl optisch als auch akustisch. Das ist erstmal ein Punkt, wo es mir darum geht, dass wir nächstes Jahr solche Produkte idealerweise für Sie direkt kaufbar machen. Nur da geht es dann um so Themen wie erstens mal Kalkulation. Wie kann man das als Einzelprodukt, gerade bei so einem Einzelteil hier mit 2,40 m Länge, wie kann man das in irgendeiner Form sinnvoll darstellen, ohne unsere versandkostenfreie Lieferung aufs Spiel zu setzen? Wie macht man hier die Verpackung? Wir müssen auch an dem Thema Beratung arbeiten. Wir wollen einerseits, dass unsere Raumakustikprodukte sie wirklich weiterbringen. Nur können wir unmöglich bei einem Kunden, der bei uns ein Sixpack Beffis kauft, jetzt eine komplette Raumakustikberatung machen. Das ist ein ganz schwieriger Punkt und da werde ich erstmal ansetzen, durch Produktvideos im Online-Shop, durch vielleicht auch Raumakustik-Specials, erstmal die vorhandenen Produkte noch besser positionieren. Und dann haben wir ja auch dieses Jahr hier auch gerne hier diese Diffusoren mit verbaut, die gerade, das ist hier eine Rastergröße, kann man dann dementsprechend hier drauf platzieren, die dafür gerade super funktionieren in verschiedenen Farben, dass das einfach mal für sie greifbarer wird. Das ist erst eine Priorität eins. Auch unsere neuen Climax-Subwoofer zu dem sehr erfolgreichen High-End-Sound-System haben wir jetzt auch SAP-Fufer rausgebracht, die wir momentan auch nur in unsere Vollprojekte integrieren, weil es halt ein komplett individualisiertes Produkt ist, wo wir sagen, dass wir ein Array maßgefertigt für ihren Raum bauen. Und der erste Schritt wird darin liegen, zu schauen, können wir das vom Aufwand, vom Planungs-, vom Konstruktionsaufwand vielleicht für die Tooltime-Kunden anbieten. Aber das ist wirklich nur ein großes Fragezeichen, weil wenn wir ein Produkt selber bauen, wir haben ja ganz kurze Wege, wir machen ja alles in-house, entwickeln, produzieren, fast alles. Wir haben natürlich auch einen externen Schreiner, der uns komplizierte Dinge fräst. Aber im Wesentlichen bauen wir es selber. Und wenn dann die Handwerker, die in unserer Fabrik, sage ich jetzt mal, unserer Produktion, die Teile fertigen, zu ihnen nach Hause fahren, dann wissen sie natürlich genau, wie sie es montieren. Und das ist die Herausforderung, daraus eine Anleitung zu bauen, dass jeder Mann auch wirklich sicher die Produkte bauen kann. Also das wird ein großer Punkt sein. Weniger jetzt, wie mache ich ein mega neues, cooles Produkt, sondern wie können wir das, was wir schon sehr cooles haben, noch besser auf die Straße bringen. Drücken wir es mal so aus. Und Thema Sitze, das ist dann auch wieder so eine große Herzensangelegenheit von mir, weil ähnlich wie das Lenkrad beim Auto, ist auch der Sitz für sie die Schnittstelle, das ist das, was sie fühlen vom Heimkino. Und richtig zu sitzen wird wahnsinnig unterbewertet. Da geht es dann meistens darum, welcher Sitz sieht cool aus und von mir aus noch hat eine gute Verarbeitung und kostet wenig, aber wir wollen einfach auch Sitze anbieten, die bestimmte Problemlösungen aufnehmen, wo man wirklich konsequent sagen kann, einen Sitz, der so wie dieser hier zum Beispiel, das ist einer der letzten, auch grundsätzlich für relativ schlankes Geld, die Box tauglich ist. Oder ein Sitz, der so kompakt gebaut ist, dass man in typischen deutschen Keller räumt, die halt eben keine 100 Quadratmeter haben, so drei bis vier nebeneinander kriegt. Solche Sachen. Da wollen wir uns immer weiter verbessern. Ich tüftel gerade an der neuen Sitzkollektion, die bauen wir nicht selber. Wir gehen da auf verschiedene Hersteller zu und lassen die Sonderserien nach meinen Vorgaben bauen. Und da lassen wir all die Erkenntnisse mit reinfließen aus dem, was wir dieses Jahr sehr erfolgreich schon positioniert haben. Das wird auch noch ein großes Thema sein. Und dann werden wir mal gucken, was das neue Jahr bringt Richtung Lautsprecher. Aber erst mal wird das so der Fokus sein, mit dem wir uns im neuen Jahr bewegen. Wie macht das Ganze in der Summe so Spaß, dass ich einfach diesen Punkt überschreite, wo ich immer so auf der Suche bin nach irgendwie dem Haar in der Suppe und ich der Meinung bin, ich bin noch nicht so ganz glücklich. Wo sie angekommen sind, wo das Suchen nach dem perfekten Klang, nach dem perfekten Bild, das darf gerne noch da sein, aber wo sie an dem Punkt sind, wo sie einfach über die Genussschwelle kommen, wo es nicht mehr um die Technik geht, wenn man da sitzt und denkt, oh, jetzt habe ich aber gerade, war das jetzt der Bändchen Hochtöner, der jetzt so brillant war oder ich müsste mal was an der Raumakustik machen. Diese Schwelle, die wollen wir überspringen. Das sind die Werkzeuge, die wir Ihnen dafür verkaufen. Deswegen mache ich die Videos natürlich einerseits um was zu verkaufen, aber auch um sie zu inspirieren, um andere Händler zu inspirieren, eben auch einen Service Gedanken zu leben, Konzeptgedanken mit den Kunden zu besprechen, Raumakustik in den Mittelpunkt zu stellen, überhaupt Heimkino bekannt zu machen. Es ist traurig, wenn ich sehe, wie viele Leute so Joghurtbecher boxen für ein Heimkino halten. Nein, das ist für mich kein Heimkino. So was ist ein Heimkino. Dedizierter Raum, komplett untergeordnet, dem eigentlichen Zweck, Akustik. Ich erzähle Ihnen jetzt nichts Neues, aber kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Es geht darum, Menschen mit einem tollen Heimkino glücklich zu machen und somit zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten, dass man einfach besser durchs Leben geht. Das ist das, was mich antreibt und da bin ich so wahnsinnig dankbar, dass das, was ich gern mache, auch offensichtlich etwas ist, was ich gut kann und genau das soll auch so bleiben. Und deswegen möchte ich auch ein technisch orientierter Geschäftsführer sein und ein Techniker bleiben, zu Schulungen gehen, auch weiter Verschulungen geben. Ich bin ja auch bei vielen Zertifizierungen mit dabei und in dem Moment, wo ich jetzt sage, ich blase meine ganze Firma so auf, gehe diesen typischen Weg, den viele gehen, mit hier noch eine Filiale, da noch eine Filiale, wir sind an einem guten Punkt, aber wir sagen jetzt einfach, wir müssen nicht jedem alles verkaufen, vielleicht wiederhole ich mich jetzt, dann tut es mir leid, und müssen nicht jeden Preis mitgehen, wir müssen auch nicht jedem ein Kino bauen, und wir wollen es einfach aus Leidenschaft machen, und ich möchte Techniker bleiben, und nicht irgendwann ein Verkaufsteam haben, von zehn Leuten, plus nochmal zehn, die dann irgendwas anderes machen, und dann nur noch als Repräsentant vor der Kamera stehen, und letztendlich dann keine Verbindung mehr zur, ich wollte gerade sagen zur Technik, aber noch viel wichtiger zu Ihnen, ich möchte eine Verbindung zu Ihnen als Kunden haben, und halt auch die Verbindung zur Technik, das ist dieses tolle Konstrukt, was wir so beibehalten wollen, so, und was ich vorhin auch noch vergessen habe reinzupacken, fällt mir gerade ein, weil ich da hinten den VW 5000 sehe, ich bekomme in der nächsten Woche, von dem Video betrachtet aus natürlich, ich glaube, das ist dann der 16. 17. November, von Sony den GTZ 380, also den quasi, nicht den Nachfolger, aber so das neue Top-Produkt über dem VW 5000, bekomme den hier 2-3 Tage zum Testen und dann gibt es davon auch noch ein Video, das habe ich vergessen zu erwähnen, ja, und ich bedanke mich, wenn Sie mir so lange die Aufmerksamkeit geschenkt haben, besonders weil es jetzt kein Video war, wo ich Ihnen direkt irgendeine technische Neuheit präsentiert habe, irgendwas gesagt habe, was Ihr spezifisches Heimkino besser macht oder wo ich Sie auf Ideen bringen kann, sondern wo es wirklich um uns geht, wie wir Ihnen als Dienstleister gegenüberstehen und Sie auch hoffentlich zu den Kunden bald zählen dürfen oder weiterhin zählen dürfen, um Sie